Ne, ich hab einen von Debito schon geliehen. Wir sind ja, wie gesagt, die Leute glauben das gar nicht so. Die sagen immer so, hör auf zu klauen, das ist eine große Warengemeinschaft. Ich weiß gar nicht, was... Wir sind eine große Hippie-Community, die sich gegenseitig gibt und liebt. Ja, ich weiß schon, wo ich mir das nächste Mal was hole, wenn ich was brauche. Nicht bei mir! Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge und ich bin gerade hier oben im Himmel mit einem halben Herz, weil ich mir dachte, YOLO sieht cool aus und ist es auch. Mit dabei ist der liebe Kiwi-Ki-Lian von Pac-Chap-Media. Hallo! Was hast du überhaupt für ein Jetpack gemacht? Ein Electric Jetpack, warum? Ach so, tatsächlich, so weit bist du schon. Ja, Bruder, guck mal, ich hab hier schon ein Solar-Panel, Alter, ich hab hier schon ein kleines Wasserkraftwerk hinten, bei mir läuft der Hase. Krass, wo hast du das alles geklaut? Hey, ich hab das nicht geklaut, du Wichser, ich hab das selber gefarmt. Stück Scheiße, du. Oh! So, jetzt kann ich mir was bei euch leihen? Nein. Doch! Nein, ich hab nichts. Ich muss auf jeden Fall meinen Electric Furnace, meinen Macerator muss ich neu bauen, weil ich den nicht mit dem Ranch abgebaut hab, mich Holzkopf. Typischer Anfängerfehler. Warte, was fehlt dir? Ein Macerator. Also ich hab schon den Basic Machine, ne, den Macerator hab ich sogar, warte mal. Ich hab, Moment, der Macerator, wo ist der? Hä, ist das hier der Macerator? Ne, das ist Electric Furnace. Generator? Ich hab den Macerator doch gemacht, Alter. Was fehlt dir denn jetzt noch? Ja, ein Macerator scheinbar. Und, warte, einen Macerator hatte ich? Electric Furnace? Wofür brauch ich denn nochmal den Generator? Was wollte ich damit nochmal machen? Brauch ich für einen Macerator einen Generator? Ne, ne? Das kann ich nicht. Ey, wieso hab ich schon wieder keinen Plan von nichts? Was ist los mit mir? Naja, okay. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt großartig machen soll, weil energietechnisch bin ich für mich besser dran als jemals davor, Alter. Besser than ever. Was traurig ist, denn, ähm, so gut ist meine Energieversorgung hier nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt, äh, die Watermills nochmal nach, genau, ich werde die Watermills nach unten stacken. Das kann man ja einfach, ne? Die hab ich noch nie benutzt. Wie funktionieren die überhaupt? Einfach ein Wasser reinsetzen und dann funktionieren die? Richtig. Krass. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall erstmal ein paar Watermills, ein paar neue bauen und werde mir dann Rohstoffe bei, äh, bei Kilian leihen. Leihen. Der Domkopf denkt wirklich, dass ich mir die leie. Jedenfalls... Ich hab keine Rohstoffe. Hast du wohl. Ich hab schon ganz offen in eure Kisten geguckt und hab schon dreimal was geklaut. Was? Was? Jetzt weiß ich noch, wo ich meinen Macerator hab. Aber ich brauch nur ein, ein Ding jetzt noch, ein, ähm, ein, wie heißt das? Jetzt immer noch dieser Holzding. Welcher Holzding? Was baut die eigentlich für eine hässliche Scheiße hin? Wo, wo? Dieses Koppelstone-Kacka. Das war Rotpilz, der ist behindert. So. Ähm, hast du, hast du einen Flintstone für mich? Bestimmt. Dann muss ich nur wieder rüber. Ne, ich hab einen von, von Debito schon geliehen. Ähm, wir sind ja, wie gesagt, die Leute glauben das gar nicht so. Die sagen immer so, hör auf zu klauen. Das ist eine große Warengemeinschaft. Wir wissen gar nicht, was, wir sind eine, wir sind eine große Hippie-Community, die sich gegenseitig gibt und liebt. Ja, ich weiß schon, wo ich mir das nächste Mal was hole, wenn ich was brauche. Nicht bei mir. Hast du eigentlich schon gesehen, wie wir den Fluss verpesten? Ja, richtig ekel. Was macht ihr da eigentlich? Was ist das für eine, da läuft einmal Kacke rein, was noch? Einmal Kacke, einmal so ein, so ein Slime-Zeug in einer richtig ekligen Farbe und dann, äh, Blut. Ey, Kilian, komm mal bitte hier, komm mal her. Und da kommen sogar Slimes raus aus dem Zeug. Hilfe. Echt? Ja, die scheinen dadurch zu spawnen. Okay, den Master Raider habe ich jetzt auch heringesetzt, wunderbar. Electric Furnit, Master Raider, chillig. Dann werde ich jetzt noch die, ähm, Generator bauen, glaube ich. Und, ja, die Watermills dann, die anderen. Dann läuft der Hase hier. Ja, soweit bin ich eigentlich echt bis jetzt mit dem Projekt ziemlich zufrieden. Weil ich, äh, wenn ich mal Holz brauche, kann ich einfach Rotpilz Haus abbauen. Das funktioniert ganz gut. Und das ist halt genau das, was ich meine. Diese große Community. Dieses gegenseitige Geben und Nehmen, ja. Weil wir uns einfach gegenseitig alle respektieren und lieben. Bisschen. Was? Würdest du jetzt dagegen was sagen? Nein. Nazi. Nazi. Nazi, Nazi, Kilian, ohne Witz. Nazi, Nazi, Kilian. Du sagst was Röses, du bist Nazi. Ja, automatisch. Automatisch. Ja, du, ich dachte, du wolltest mir irgendwie ein bisschen helfen hier, Alter. Gib mir mal irgendwas, was krass ist. Ja, nee, das funktioniert nicht. Aber weißt du was? Ja. Hast du schon drei Diamanten? Nein. Dann geh mal Diamanten suchen, weil dann kann ich dir was zeigen, wie du vielleicht ein bisschen schneller erstmal farmen kannst. Könnt ihr mir drei Dias leihen? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Ihr habt noch drei Dias, ich hab letztens sogar geguckt. Ja, aber die will ich wieder haben. Ja, die kriegst du wirklich wieder. Versprochen. Ja, bei dir kriegt man nichts wieder. Versprochen. Versprochen ist nicht gebrochen und wird nicht, du weißt, was ich meine. Du kriegst auf jeden Fall wieder. Wir kommen sonst zu dir und dann gibts auf die Finger. Ja. Dann ist alles weg, was du jeweils gebaut hast. Nein, bitte nicht. Ihr kriegt alles wieder, wirklich. Na gut. Ich zahle alles an die russische Kreditenafia zurück. Ja. Jetzt kommt die. Wir schicken auch Ukrainer und Slowenen. Ach nein, dann kommt in Kassel Moskau zu mir, dann werde ich zusammengeschlagen. So, dann gib mal ein, warte, wie heißt das? Mining. Drill, diesen Bohrer. Turtle. Ach so, eine Turtle einfach. Ja. Moment, ich muss ganz kurz meine anderen Watermilze hinsetzen, ja? Ich hoffe mal, wenn ich jetzt wieder in die Kommentare lese, das ist ineffizient, du bist dumm, dann ist das leider so. Dann habe ich die wieder falsch rumgesetzt. Oder anders, als sie sein sollen. Aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal da drunter setzen. Ich hoffe mal, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und strommäßig sind wir dann erstmal relativ gut eigentlich ausgestattet, ne? Also meiner Meinung nach. Weil dann haben wir eigentlich erstmal soweit alles, was ich brauche. So, Moment. Ach Gott, ist das stressig hier. Kilian, ich sag dir das, ne? So ein Leben in so einer Hippie-Gemeinde ist schon anstrengend. Hippie-Gemeinde. Fang mal an mit dem Rest. Was brauche ich denn noch? Ja. Guck doch. Mining Turtle. Das ist gut. Du baust. Mining. Halt diese einfache. Wo ist denn die, Alter? Was ist das denn? Mining? Also eigentlich brauchst du eine Turtle und da packst du dann einfach die Diamond Pickaxe dran. Turtle. Das ist ein Computer. Wie baut man einen Computer, Alter? Das ist ja richtig behindert, ne? Da musst du einfach draufklicken. Dann siehst du das. Ne, ich seh das ja, aber das ist richtig das dumme Rezept eigentlich, ne? Also, unlogisch, ja. Ja, aus Steinen einfach. Aber was ist denn schon realistisch? Ähm, Minecraft. Hallo? Minecraft. Minecraft ist das echte Leben, du Bob. Real, ey. Voll krass, Mann. So. Und jetzt pack ich hier meinen Overclocker mal rein. Ich hoffe, du hast Redstone. Ja, ja, klar. Redstone ist kein Problem. Und jetzt ist auch endlich das Problem gelöst, dass mein Ofen mal leer ist und meine Bedbox und so. Jetzt kann ich da in Frieden maceraten und ich brauche noch so ein Walzding, so ein Walzwerk hätte ich noch gerne. Was macht das? Äh, dann muss ich diesen scheiß Hammer nicht mehr nutzen, weißt du? Ach so. So, Peter nochmal. Bei Peter hier wieder ein bisschen Eisen geklaut, äh, gelehen. Als Hippie-Kollege ist das okay für mich und für ihn, ja? Ihr denkt jetzt bestimmt so wieder, äh, ihr wollt zur Farben gehen. Ja, war ich ja auch, aber halt in Gestalt von Peter. Das versteht ihr nicht, das ist auf einer höheren Ebene. Das ist, äh, einfach, auch von der Ethik her, ist das was ganz anderes, weißt du, Peter, sag ich schon zu dir, Kilian, Peter. Aber grundsätzlich kann ich dich ja auch Bruder nennen, weil das bist du ja auch, weißt du? Hm. Was ist denn los mit dir? Hast du mir wieder ein bisschen Angst, du bist gerade wieder so still und geisteskrank. Geisteskrank. Das sind wir doch alle gerne. Ah, ja. So. Wollen wir zwei Gläser machen. Nicht in den Mace-Rater, sondern in den Furnace. So. Mein Italienischer Furnace. Ich hasse einfach Tin in Get. Warum? Weil wir immer zu wenig von haben. Wie kann man sowas hassen? Sowas Wunderschönes. Wie kann man die Natur hassen? Nazi. Schassersee. Nazi. Du bist einfach ein Nazi-Kiner, das musst du einsehen. Du bist ein dreckiger Nazi. So. Dann bauen wir jetzt jetzt mal einen Computer. Ja, so. Ich werde mal später eine in meine Wohnung stellen zum Zocken. Dann hier noch ein Iron Angot und ein Chest. Natürlich habe ich kein Holz mehr. Das geht mir auch ein bisschen um den Sack, dass ich nie Holz habe. Tin, 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 tin. Wo ist denn hier Tin? Tin, 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 tin. So. Ist auch ein bisschen blöd, dass man so Rubberwood kein Holz machen kann, ne? Aber was ganz cool ist, sind die Werkzeuge aus Quarz. Die finde ich ganz cool. Die sind ja fast wie Diamanten, ne? Äh, weiß ich nicht. Quarz-Werkzeuge. Doch, doch. Wenn du das nicht braucht, kannst du mir das ruhig geben. Das braucht man wirklich nur für Werkzeuge. Welches Quarz? Quarz. Das ist einfach Quarz. Nicht das aus dem Nässe, sondern so ein anderes Quarz. Ja, nee, das brauchen wir. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Das braucht man für... Nein, nein. 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 Ich hab mich ausschließlich mit diesem Text-Affekt beschäftigt. Oh, Text-Affekt, ja. Mit dem Text-Affekt. Du meinst Zertus-Quarz, ne? Genau, das braucht man nicht. Doch. Ist das richtig wertvoll? Ja, nicht richtig wertvoll. Aber man braucht das für so ein fettes Lagersystem, was wir bauen wollen. Ach, die Behinderten-Scheiß-Spastis. Ehrlich mal. Wie kann man einfach so autistisch sein und so eine kranke Kacke bauen wollen? Naja, okay. Ähm, so, dann hole ich mir jetzt mal meine drei Dias bei euch. Äh, leihweise. Bringen sie dir. Ja, komm mal her. Hast du auch schon einen Electric Jetpack? Nee. Oder hast du ein besseres? Nee, ich hab gar keins. Du hast keinen Jetpack? Nee. Aber wir haben einen Reaktor. Ja, und? Juckt mich das? Nein. Juckt mich das? Ob mich das juckt, hab ich gefragt. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. So, dann mach mal weiter hier. Im Moment. So. Und so. 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 So, okay, okay. Wie programmier ich die nochmal? Äh, lass uns auf eine Höhe gehen, wo Diamanten sind. Äh. Hast du irgendwo eine Treppe oder so? Ja, warte, hier vorne. Bist du? Hier. Krilliam. Was mach ich da schon? Jalla. Jalla. So, jetzt gehst du hier unten die Treppe runter. Und da ist Mark. Was geht? Hallo. Hast du Fackeln und Kohle? Nein. Dann brauchst du das. Dummer Schumpf. Du kannst doch fliegen. Warte mal. Fackeln und Kohle. Kohle sollte ja kein Problem sein, hier irgendwo zu finden, oder? Eigentlich nicht. Sonst gehst du schon mal die Treppe runter. Vielleicht ist da unten ja auch irgendwo Kohle. Slime Balls hab ich hier auch, Alter. Bist du schon unten? Nein. Ich bin hier gerade in so einer Höhle. Hier ist Kohle. Komm mal runter. Dann haben wir vielleicht Glück. und finden die Mannschaft. So, und? Komm doch jetzt. Röck dich doch jetzt. Deine Fresse jetzt. Kilian, es reicht. Nee, Kilian, ich hab da keine Lust mehr drauf. Wirklich nicht. Es geht mir auf den Sack, wie du mit mir umgehst, ja? Wir sind hier in einer wahren Wertstoffgemeinde und du gehst hier mit mir um, als wäre ich sonst wer, ja? Das stört mich. Es stört mich. Ja, ist gut. Nein, da sind Dias. Echt? Lol. Hier sind einfach die, lol. Ich hab einfach zwei Dias gefunden. Hier ist da zwei Dias zurück. Da. Da einfach so. Die waren einfach vor meinen Augen. Lol. Ich würd vielleicht vorne an der Treppe anfangen, damit du dann nicht so weit rennen musst. Oder? Hier ist wieder das Zerdos Quartz, oder? Das ist das Tin. Cardium? Braucht man Cardium? Ich hab keine Ahnung. Es sind einfach Two- Reactor-Craft. Das ist bestimmt irgendwas. Bestimmt irgendwas, ähm. Lass uns mal da, wo die Treppe war, hingehen. Und da können wir dann am besten... Silber. Silber. Braucht man denn Silber für irgendwas? Nee, ne? Für irgendwas brauchst du alles, ne? Na gut. Aber irgendeine Sache, die ich, äh, erreichbar, äh, die erreichbar für mich wäre. Äh, ja, keine Ahnung. Hast du, oh scheiße, hast du Holz mit? Ja. Gott. So. Dann? Komm mal her, Minion. Ja, zeig mal, zeig mal. Zeig mal, Papa, was du mir, was du da hast. Äh, setz mal einfach die Turtle hin, in welche Richtung sie quasi arbeiten soll. Hör auf, das Gold zu klauen. Hab ich aber gerade. Dummer Wichs-Nazi. So. Nee, also stell sie mal hier vorne. Ja, oder so. Und dann stell mal rechts daneben jetzt ne Doppelkiste hin. Boah, yo. Todestressig, Alter. Ich kann, ich kann keine Doppelkiste machen. Ich kann da eine Kiste machen. Dann stell es mal eine hin. Ähm, ich versorge was. Was ist denn? Zack. So. So. Jetzt kannst du rechts hier auf die Turtle machen, dann siehst du auch, was ich da mache. Paste, bin, get. Warte, wie muss das? Äh, ach so. So. Was? Strip, guck, die Strip gleich für dich. Oh, geil. So, und jetzt Kohle. Wie viel in die Turtle rein? Ja, alles was saß. Zwölf Kohle. Okay. Ich bin mal nicht so. So, und dann hast du Fackeln? Ja, zwei. Okay, das reicht nicht. Äh, machen wir mal. So, die müssen unten rechts immer liegen. Mhm. Und dann musst du Refuel All eingeben. So. Dann lädt er das, ja. Dann zieht er das rein und dann, warte, die Kiste steht ja daneben. Ups. So, geben wir jetzt Strip ein. Und dann macht die Strip-Mining-Gänge. Das heißt, die macht dir die Gänge und du musst dann nur noch durchgehen und schauen, wo Ors liegen, die du haben willst. Und ich würde nicht in den Weg der Turtle laufen, dann stoppt die manchmal. Okay. Und wer garantiert mir, dass die mir keiner klaut? Und jetzt hast du sie schon vom Weg abgelenkt. Und was macht die jetzt? Scheiße, macht sie jetzt, warte. Oh, diese Missgeburt. Scheiß Krüppel, Roboter. Ich geh lieber hoch und schupe. So, äh, was, was sagst du? Äh, ja, klauen kann ich natürlich noch, wer. Scheiße, das hab ich, glaube ich, vergessen. Aber wird die ja nicht, weil wir ja alles Brüder im Geiste sind. Ja. Weil wir alles was? Missgeburten. Ja, das trifft dann eher auf die Portfolge. Äh, wie soll ich deine, deine Dings nennen, deine Turtle? Äh. Wie ist Turtle? Nein, nenn die, ähm, doch, nenn die Revis Turtle. Revis Arschgeburt. Wichser Nazi. So. Du bist so kreativ heute. Ja, ich bin auch, ich bin auch wirklich noch ein bisschen müde. Ich glaube, ich, ähm, schauen wir uns was. Ja, wir sind jetzt auch schon hier gut bei 14 Minuten, Freunde. Wie gesagt, dann musst du halt nur nochmal da durchgehen und dann... Dann werde ich dann zur nächsten Folge meine Turtle mal ausleeren. Wenn es euch gefallen hat, dass ich, äh, diesmal mit Key dann aufgenommen hab und eine etwas ruhigere Folge als sonst gemacht hab, wo ich nicht so viel rumschreie, und euch die Ohren platzen, weil ich ein dummer Affe bin. Könnt ihr ja eine positive Bewertung da lassen? Schaut auf jeden Fall mal bei Pogtrap Media vorbei. Die sind in der Beschreibung. Die haben auch schon ein bisschen mehr erreicht als ich hier, aber nur ein bisschen. Die haben sich halt umgleich viele Sachen von mir geborgt und auch abgeguckt. Von mir, dem Großmeister des Minecraft-Projekts. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wa? Kilian. Tschüss. Tschüüüüü, ihr blöden Wichser. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.